Berlin trägt Kippa. Wir Juden freuen uns über dieses Zeichen der Solidarität. Die Kippa ist normalerweise kein Demonstrationsmittel. Die Kippa ist nicht dafür da, nach außen etwas zu zeigen. Es ist eine Verbindung zwischen dem Träger und Gott, eine respektvolle Verbindung. Es ist kein Demomittel. Heute ist es ein Mittel, um allen zu zeigen, es gibt uns, wir leben, wir sind viele, wir haben Unterstützer und darüber freuen wir uns. Berlin trägt Kippa, heute auf den Köpfen und hoffentlich dauerhaft in den Herzen.